ich werde immer direkt am insurgent gespawnt also es muss gleich irgendwer anderes sich um das auto kümmern also dazu helfen drei vorne sind tot dagegen in den sergeant ich komme auch richtung in sorgern sehr schnell 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 nett im ernst was macht das ding denn da nein thema außenrum gelaufen egal scheiße wo komme ich hier auch hier der links kommt ich brauche feuerschutz ok ja ich muss auch in deckung gehen ich habe keine chance sonst ich muss mal im snacken noch einer mit längst denken denken der insurgent nutzt gar nicht mehr so für info alle meine stinkefinger weißt du wenn du über deckung schießt das geht nicht aber wenn da was vor dir steht geht das auch gleich problem muss gar kein problem ok also wir brauchen auf den insurgent achten richtig eigentlich nein absolut nichts das heißt einfach nach der ersten einfach nach der ersten gruppe schauen dass man einfach schnell eine deckung in die andere richtung kriegt genau weil ich bin gerade im insurgent auch sehr schnell zusammengeschossen worden und der shadow genauso ja er achtet darauf ob man die granaten verschießt ob da irgendwas vorhin steht ja nicht deswegen oder ja darum bin ich gerade gestorben weil es sah so aus als hätte ich freien schuss aber für freie schuss bahn aber mein raketen wer vor dingsbums war anscheinend noch vor der vor dem kasten mit dem verscheidert so die einen folge wie in jedem akt die wieder um einiges länger dauert als alle anderen einsteigen los dann können wir einfach als deckung einfach nur hinstellen und gut ist also ich privat hatte persönlich privat hat jetzt nicht das gefühl dass er als deckung genutzt hat ja doch wenn man hinten dran stehst geht das aber wenn du drin sitzt ist ja keine deckung weil die durch die dingen schießen diese diese riffen da halt an den seiten und hinten und vorne solange hinter der karosserie steht geht es also so 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 Ja, wie verhält'n der da oben drauf aus? Hinten ist immer noch einer. So, Feierabend. Doch blöd, dass man nicht in den Deckungen gelassen wird einfach, wo man sich vorher hin positioniert. Aber erst wenn man den ganzen Raum verteilt wird, ist so bescheuert. Ja, wir wissen's, ihr seid hässlich und habt dicke Knarren. Lass uns anfangen. Ja, ich starte jedes Mal. Gleich. Hm. Okay, sie sind tot, auf in die andere Richtung, Deckung suchen. Denkt dran, wenn ihr Entdeckung seid, gerade nicht getroffen werdet, ihr seid verletzt. Eben um den Recken. Hat nicht mehr geklappt. Ich snack auch eben. Oh. Wir können auch nicht nach hinten abhauen, hier hinten brennt alles. Ja, ich verbrenne gerade. Ja, ich auch. Na toll. Alter, das war knapp. Oh, Hi Shadow. Hallo. Wie viel Leben noch? 3. Ich, ich lebe noch. Nein. Äh, äh, nein, ja, genau. Nein. Entschuldigung. Das ist alles. Ging nur auf dem Gegner. Okay, ich snack eben. Ach so, 2. Ich snack ein bisschen länger. Äh, was schießt denn da auf dem... Der Juggernaut hinten. Immer noch. Und vorbei. Auf welche Entfernung schießt der? Auf jede. Auf jede. Ich hab den nämlich noch nicht mal gesehen. Ah, Caramel, Cappuccino. Das ist gut. Oh man. Möglich sein mit den 3, 7 Drecksäcken fertig. Einfach in Deckung bleiben. Und immer snacken. Ja, aber wenn du einmal... Wenn dich einmal erwischt mit einer Salve, dann kannst du nichts mehr packen. Es gehen auch schwere MGs. Also die, weißt du hier, diese, diese Quacks-MGs und sowas. Das dauert länger, aber dann habe ich das Gefühl, da stehe ich mehr in Deckung. Da muss ich nicht so aus der Deckung raus, als wenn ich mit Granaten oder dem Raketenwerfer auf die schießen will. Alle guten Dinge sind 30.000 oder so. Haha, ich fahre. Alles gut, fahr ruhig. Das habt ihr jetzt davon. Was ist das? Hab ich einen Tempel aus? Ich fahre. Was ist das? Ich fähre. Dass nicht dabei. Ich fahre. Ich fahre. Und dann nicht fähre. Was ist das? Ja, ich fahre. Das ist das. Das ist das. Neeeeeeh! welche schlägst du vor spezialkarage mit sturm mp das ist das da das da rechts oben rechts versuche ich das damals und dann erst mal gleich wieder entdeckung und wie gesagt immer schön snacken aber es ist normal hast du aber das finde ich so gut für jeden 1 vermutlich wenn schwierigkeitsgrad leichter stellen leichter geht nicht normal ist schon sind tot und das ging scheiße nein warum bringt sich denn selber um ich war keine absicht ich komme jetzt auch nicht wirklich noch drei ich komme ja ich kann nicht so ich bin draußen ich hoffe nur dass ich ich muss denken wechseln wir dürfen sicherheitshaber die waffe also ich könnte ganz außen rumlaufen aber dass mir das risiko zu groß dass mir irgendwas passiert ja dito eigentlich auch gerade meine einzige möglichkeit ich habe denn zwar einer ist auf der linken seite und einer ist noch ganz hinten vielleicht geht doch hinten rum ich wo ich jetzt stehe dann kann er nicht um die ecke schießen auf den linken kann ich nicht wirklich gut schießen vorsicht heli 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 ich gehe in deckung kam hier erst raus wenn der links hier weg ist komm nicht an den rand von der position wo ich bin ich habe auch kein nacht sich gerät mehr ich habe ihn erwischt dann jetzt ab in den sergeant für die ganzen kleinen scheißviecher da hinten ich bin euer fahrer ist ok irgendwer muss nur Stormy geht auf beschützt glaube ich ich stehe hier noch kurz kommt hier dann bitte um dann kann ich ich bleib hier ich bleib hier noch eben kurz oder soll ich schon mal ich fahre schon mal los ich will hier nicht einmal quer durchlaufen dann treffen die mich zu gut ja ok na du vielleicht näher komme ich halt nicht ran ich glaube du musst das mal auf der anderen ach ne stimmt Stormy ist da draußen ey ich bin oben ja warte mal der andere ist noch nicht drin oh scheiße fahr raus und dann links um die Ecke rum schnell der läuft da hinten links rum wenn der jetzt verreckt dann kriege ich Hass ich kriege mehr kann ich jetzt gar nicht ran fahren ich muss Heli abschießen Achtung da kommen wir hier extrem da ran Jungs auf die müsst ihr schießen die holen uns sonst raus die sind schon zu nah da komme ich nicht mehr ran da komm ich nicht mehr ran da komm ich nicht mehr ran da komm ich nicht mehr ran da kann ich bei einer vor und zurück fahren vielleicht was müssen wir jetzt okay wir müssen einfach den Weg frei machen alles töten was hier so kreucht und fleucht dann schießt mal jetzt gerade selbst ein bisschen beim fahren den haben wir ja setzt wieder zurück da ist der Typ kommst du hinterher der rennt gleich wieder irgendwo rein ach hier steht er vorne den nicht da war er ja ich habe mich auch schon gewundert die ganze zeit wo der ist du musst ein stück zurück und dann jetzt wieder soldaten super soldaten hat dings grad gesagt wenn ich mich nicht irre was meine gerät geht wohl nicht wenn man im auto sitzt das geht schon aber wenn ich das anmacht setze ich mich automatisch nach unten oh kacke ich krieg hier schaden ja dann steigt aus dann steigt eben aus alle die jetzt gar nicht drin sein müssen aber dann bleibt in deckung ok dann steige ich auch aus warte ich muss kurz aussteigen meine nachtsicht anmachen und wieder einsteigen so sehe ich die nämlich nicht die Ficker oh gott ich seh die auch so nicht die sind viel zu weit weg ey ich kann dir ja ranfahren äh ja könntest du wäre vielleicht vorteilhaft und sehe ich die nämlich gar nicht oh scheiße da kommen wieder Juggernaut ja genau das war ja das was ich gerade gesagt habe einer ist beides tot ja die restlichen sind wieder außerhalb musst du da rausfahren ja dann hat er denn wenn Juggernaut weg sind möchte ich wieder einsteigen nur drei auf der anderen seite das sollte jetzt aber ja das ist heute echt irgendwie meine angewohnheit oh 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 ich mache ein häufiger Fluchstück äh da genau sind wir uns da genau sind wir uns von hinten oh shit ich steig aus ja aber da geht sofort in deckung er hat mich überfahren du musst äh weiter vor nein nein aber schau ich bin ja die ganze Zeit hin und her ich meine ich war gerade am drehen was soll ich da machen ey hoffentlich nicht noch mal ganz von vorne fände ich nicht so gut ich meine ich habe das Fahrzeug gerade gedreht wenn du dann aussteigst dann ist es halt blöd gelaufen ja weil klar weil Juggernauts da ist im Auto bleiben halt tot ah ich glaube es nicht noch mal von vorne ne ich hoffe der Insurgent ist irgendwo in der Nähe ah es würde es leichter machen steht bestimmt auf dem Pio äh ne der steht wahrscheinlich vorne auf der Straße ja tut er ja aber bis nach vorne also jetzt vorsichtig wir dürfen hier jetzt kein Leben verlieren bis wir da vorne sind ich geh durch die Halle und hol den Insurgent kümmert ihr euch hier um den Agent und um die Gegner kannst du mal aufhören nicht an dem Jeep hier fest zu hängen verdammte Axt welchen was gerade selber zu Juggernaut sehr gut ja solange du musst du es mal wissen decken ähm ups ich hab dein Kuruma überfahren sorry macht nix den hast du sehr schön überfahren ja aber der ist noch nicht tot der hat das überstanden oh scheiße da schießt was von oben da ist ein Heli ja 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 so ich fahre vor Shadow hm ich hoffe du hast deine Nachtsicht schon an Shadow sonst musst du eben aussteigen doch doch da soll das gehen auf dem auf dem hochsetz geht es da drin auch wow warte ich setze nochmal zurück dann kannst du den Heli jetzt gleich snacken der eine steht hinter dem Pfosten den kriege ich nicht Achtung rechts ist auch noch einer vorne rechts er sagt schon wieder was wegen den Super Soldiers ich bleib mit Steffen Steffen wir bleiben hier hin ja guck mal schieß mal hier durch die äh ding gleich durch also ich steige eben aus und lauf weg ja schieß gleich durch durch die ding durch den Ritz durch die Tür ach ach das ist unser NPC der in die Halle räumt die läuft ich dachte die ganze ein kleines Stückchen vor warte 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 ich muss essen keine schlechte Idee durch den Ritz da durchzuschießen aber ich nehme Schaden bis hier vor 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 so aber die dabei erscheint kein roter Punkt ich weiß nicht ob wir Schaden machen malerweise schon ich hab die vorhin auch einfach umgeschossen okay einer ist weg ich glaub du musst ein bisschen mehr nach links schießen die ist voll auf den Pfosten die ganze Zeit bei mir ja dann ich kann aber nicht ja dann musst du nach vorne fahren ich kann mich von hier her nicht bewegen jetzt ist rot ok ok dann fahren wir jetzt wartet eben kurz dann ich würde gerne einsteigen bei euch ja ja das noch die restlichen dürfen jetzt wieder alle hinter der Mauer sein ja kannst du nach außen rum fahren und wir wissen ja da kommen dann gleich auch noch mal Juggernauts also wenn du vielleicht irgendwie nach hinten fährst dass die Leute die nicht gegen die Juggernauts also die nicht im Auto sitzen sich ein bisschen Deckung bringen können da sind hinter uns oh ich muss euch in Sicherheit bringt so ihr könnt mal eben aussteigen mhm mhm ok shadow bist du hochgefuttert ja ich warte ich kann mir eine neue hochgefuttert bin ich aber ich ziehe mir noch eine neue Weste an ok mach euch krass ihr werdet schon beschossen auf die Distanz ja 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 wenn du nicht rausgehend kannst du dir nicht einfach fünfmal überfahren nee das geht ja die spreche die springen jedes Mal aus dem Weg okay einer ist weg jetzt auch ein halb weg ich komme da zurück okay ich glaube auf dem streifen okay okay einer von uns ich würde sagen jeder in einen heli jeder nein was also gegen piloten und so ja mein gott ich kann zu also ich bin ausgestiegen vorsicht nicht fahren platz ich bin schneller am heli als das ja ich das sind noch leute ach das ist der agent nicht aber hier noch noch einer irgendwo ist noch ein aber ich hätte auch steigst du ein ja weil das ist das ist mit dem agenten der betran der ist ja nicht drin statt jetzt gleich weil da noch ein typ ist ja ich bin scheiße da stand irgendwas wegen tarnmodus muss gleich in tarnmodus und unter radar bleiben ja er kümmert sich noch um den einen idioten hier wussten der ist der oben der ist oben auf dem dach oder so ja der steht hier oben auf dem dach der voll idiot warte mal ich treffe ich weiß es nicht ehrlich gesagt gibst du jetzt mal ja ich habe es geschafft kann mich einer doch abholen ja ich habe versucht ich lande auf der straße gerade auf der agent kommt jetzt auch gerannt ja der der arbeit mich gerade was mit personal space ist für zu weil ich ihm zu nahe gekommen bin ein blöder agent ich hake gerade an den raketen fest willst du jetzt mal einsteigen ich hoffe der hat die zeit seines lebens jetzt danke schlimmsten wäre gewesen dass er zum beispiel er kann nicht den hubschrauber ein fluggefährte wir mussten auto holen auf zum abgabeort aber wenigstens konnte der nicht schießt erschossen sein ich bin grad im ersten affekt drüber raus geflogen aber das war man in der heißt mission ich will jetzt eine million dafür das war mehr heißt als der heißt ich schätze mal so ungefähr 21.000 22.000 ich habe für die raketen bestimmt 100.000 ausgegeben 20.000 ich habe für die Runding times to social media What's the point of happening if no one knows about it? What's happened while I've been gone? Is Avon Hurt's president? Is this Clifford AI powering the internet? Hey, don't worry. Rackman will debrief me in full. I know the bombs haven't dropped. That's good enough. Gotta stop that son of a... Very bad mother. Very bad mother. Lester wird diese Androiden bestimmt ganz toll finden. Den kann der machen, was er mit echten Menschen vielleicht nicht machen kann. Da unten, roter Rauch. Immer in roter Rauch. Klar. Wow. Gut, dann sind wir aber am Ende dieser Episode und ich sag schon mal bis zum nächsten Mal tschö 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 tschö. Tschaui.